Das heißt, ich kann das auch mal lernen, obwohl ich das nicht gelernt habe. Und dann sagt sie, ja. Und dann hat er gesagt, cool. Dann weiß ich in Zukunft, dass ich alles werden kann, auch wenn ich das nicht speziell gelernt habe. Und ich glaube, darin habe ich viel mehr Freude empfunden, als wie, dass man ein Buch kauft oder ein Buch von mir vorliest, diesen Mind zu öffnen, dass mir die Welt offen steht, dass ich alles lerne kann, werke kann, duke kann, mich dorthin entwickeln kann. Ich glaube, das war viel, viel freudiger für mich, dass es diesen Mind geöffnet hat von diesem einen Kind. Ja, und das wollte ich erzählen. Es gibt sicher noch ein paar andere Geschichten dazu, zu diesem Büchlein, aber das beflügelt schon mental, gesehne, und macht's Herz offen. Und ich glaube, das sind die wichtigen Dinge im Leben. So, das war's von mir heute. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.